Schwieriger Auftrag für Altblech-Experten Deben Möller. Ah, scheiße, Mann! Was ist denn da los hier? Augen auf bei der Berufswahl, sage ich nur. Und vor allen Dingen, Finger weg vom Alkohol. Da, 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 du liebst mich nicht, du liebst mich nicht. Ja, ja, Leute. Da, 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 da ist auch der Thorsten, der hat Borsten. Deben Möller. Das kann ich für die tun. Ja, ich suche ein 78er Arnsberg, WWF 1602 Turbo CSI in der Pinin-Ferrari Beta-Version. Gerne mit 34mm Schnuffmupfe und Vorzerstäuber. Druckluftrichter wäre ganz schön. Auto sollte nicht zu verbastelt sein in Kirschrot oder Weinrot. Kirschrot, Weinrot, Menstruationsrot. Ist doch scheißegal, überhaupt nicht einspruchsvoll, mein Freund. Ja, der Asbach WTC Turbo CSI Miami. Ein herrlicher Wagen, aber in einem guten Zustand, sehr schwer zu kriegen. Wenn bei der Schnupfmuffe erstmal die Manschette weich war, dann gab's ein Sumpfgebiet im Lüfterflügel. Und das hieß gerne auch mal, auf ein Hindernis bremsen und mit einem teuren Taxi nach Hause. War Thorsten? Ja. Tja, damit das dem Thorsten nicht passiert, mach ich mich erstmal auf der Band und check die Lerge. Also, Vorzerstäuber? Mhm. Vorzerstäuber. Goodbye, Johnny. Schön war deine Zahn. Aber leider. Hammer. Ich geh ab wie ein rotes Muppe, das ist ja voll Porno, Alter. Tja, Thorsten mit Borsten. Da ist er also. Dein weinroter 81er WTC Turbo CDF St. Petersburg. Na, sagt die Ume, dazu Lapperlume. Ja, Wahnsinn, das ist voll die optische Maus, Alter. Tja, da blasen wir doch die Kerze aus. Wie viele Beine hat der Fisch? Siehst du das Loch in der Wand? In welcher Richtung wächst die Rübe? Äh, nach unten würde ich sagen. Ach, kennst du den Vornamen von Alzheimer? Äh... Pass mal auf, was ich sagen wollte ist, die Kiste, die schießt extrem scharf. Der 6,9er schaltet extrem tief, dabei kommt der Hub wie ein Canickelfangschlag. Schon mal 900 Umdrehungen. Verstehst du, was ich meine? Äh, ja, klar. Ja klar, so soll es sein, ne? Eingecheckt. Letzte Frage, kannst du tanzen? Ja. Ja, dann tanz mal ab hier, du. Zündung! Tja, Leute, da ist jemand glücklich, da geht jemand steil, da hat einer die Leiter in der Hose abgeknappt. Und ich mach mich jetzt erstmal auf Bähn, Trubbelfahrt machen und so weiter. Und wir, wir sehen uns nächste Woche wieder.